Hey Leute, da ich absolut gar keinen Anfang finde, geht's einfach direkt los mit dem Video. Unser Thema heute ist Fashion. Ich habe ja bereits schon im Winter ein Fashion Video gedreht mit Niklas und Katja. Bin sehr froh, dass sie dabei waren. Jetzt gibt es eine neue Sommerausgabe. Hier sind zwei super stylische Menschen am Start, wie ich finde. Das ist einmal der Tim, Freestyler, und einmal die Valeria, meist Background-Tänzer, aber mittlerweile auch Schauspielerin. Die beiden zeigen uns, wie sie im Sommer rumlaufen und mir gefällt das auf jeden Fall auch. Zum Thema Fashion habe ich aber auch ein Gewinnspiel für euch. Und zwar, auf unserer Facebook-Seite wird in den nächsten ein, zwei Tagen ein Post existieren mit drei verschiedenen T-Shirts, die ihr je gewinnen könnt. Wir haben zwei T-Shirts bereits zugesendet bekommen, da bin ich sehr, sehr, sehr dankbar dafür. Und eins ist noch unterwegs und da könnt ihr mal... Ihr könnt ja mal in den Kommentaren schreiben, welches T-Shirt ihr euch noch gerne wünschen würdet. Ich hoffe, das dritte ist jetzt auch dabei, denn es ist schon unterwegs. Ich kann jetzt leider nichts mehr daran ändern. Wir haben einmal ein Shirt von Who Cares. Die Crew aus Hannover sollte wohl jeder mittlerweile kennen. Leute, ich danke euch so, dass ihr mir das zur Verfügung gestellt habt. Ich finde es mega cool. Ja, danke auf jeden Fall, dass ihr mir das gesponsert habt. Dann habe ich noch von meinem Freund Mucho von Who Cares Skills noch ein Dance-Shirt bekommen. Auf dem Rücken ist noch das Who Cares Skills-Logo. Ich hoffe, man kann es erkennen. Ja, auch hier, das wurde gesponsert für das Gewinnspiel. Ich finde es großartig, wie die Leute es supporten. Wenn es um gute Sachen geht und man den Leuten etwas geben kann, dann sind die Leute immer dabei und arbeiten Hand in Hand. Das finde ich super. Das genau bedeutet mein Projekt. Miteinander arbeiten, einander supporten, sich gegeneinander helfen. Sich gegeneinander helfen. Miteinander helfen, Ron. Um bei dem Gewinnspiel teilzunehmen, könnt ihr jetzt schon anfangen, hier bei YouTube teilzunehmen. Ganz einfach, ihr braucht nur eure Nummer wählen, die ihr gerne hättet. Das T-Shirt von Who Cares ist 1. Das T-Shirt von Who Got Skills ist 2. Und dann gibt es noch ein drittes, was aber noch nicht verraten wird. Und ja, schreibt es einfach in den Kommentaren, welches T-Shirt ihr gerne haben wollt. Und ich check dann aus, wegen Namen etc. Die Verlosung wird live sein, das heißt, ich werde das aufnehmen, werde Namen ziehen, sodass es für alle gerecht wird. Und jetzt wünsche ich viel Spaß beim Sommerspecial der Fashion. Los geht's! Ja, Valeria trägt hier für mich wohl das Lieblingsaccessoire. Das ist der Rucksack von Hightech Designs London Alexander. Und super stylisch, einfach mal was anziehen, was nicht jeder trägt. Und ja, im Look passt er super zu dem Sommer. Die Jeansshorts, die sie trägt, ist zwar Vintage, aber die kriegt man ja überall, sind sehr bequem. Also ich kann es nicht sagen, aber Valeria hat es mir gesagt. Sie trägt jetzt ein schwarz gelöchertes Shirt irgendwo drüber von Boy. Hat darunter ein Bikini und dazu Sneakers. Das bedeutet, diese Jeansshorts kann man echt zu allem tragen. Valeria ist ein Mega-Fan von hohen Schuhen. Die Gelb-Sneakers, die sie trägt, sind Mafi-Shirts. Sind auf jeden Fall super, super cool anzusehen. Die Brille, die sie trägt, ist von Ray-Ban. Passt aber, dass sie nicht diesen modernen Look nimmt, sondern mit diesen dünnen Bügeln. Finde ich rundet das Ganze noch ein bisschen ab. Das ist ein sehr, sehr geiles Sommer-Outfit, wie ich finde. Gehen wir weiter zum Tim. Tim ist ein sehr chilliger Typ. Trotzdem, mit einfachen Mitteln kann man hier zeigen, dass man trotzdem sehr stilvoll und cool unterwegs ist. Der Hut ist von A&M. Das Shirt ist von Snipes. Und die kurze Hose ist von C&A. Hier merkt man, man braucht gar nichts Außergewöhnliches irgendwo in der Welt kaufen, um trotzdem stilvoll und locker durchs Leben zu gehen. Die goldene Casio-Uhr ist immer ein super Accessoire. Ein ganz besonderes Highlight, finde ich, beim Tim sind die Schuhe. Halbe Schuhe, halbe Adidas Sneakers. Finde ich mega. Kann man zu allem tragen. Schwarz geht sowieso immer. Und der halbe Schuh ist vielleicht nicht ganz so heiß, wie jetzt High Tops. Sehr, sehr cooler Style. Mit den Armbändern der Kette ist es echt entspannt und locker. Hier sehen wir die beiden nochmal in Kombination. Valerian hat hier die Jeans Shorts zu gelben Shorts getauscht. Wie ihr seht, kann man das auch super kombinieren. Hat dazu ein paar neue Schuhe. Die Schuhe sind vom Puma, aber auch wieder High. Sieht einfach mega aus. Ist super cool, super fresh. Und so kann man auf jeden Fall durch den Sommer stiefeln. Tim hat hier den lässigen Jeans Look. Ein bisschen, ja, ein bisschen retro und trotzdem wieder modern mit der Brille. Er hat die Hose von H&M. Und das grüne Shirt unter der Jeans Jacke ist von Hype, ja. Aber ich finde, das Outfit, so wie es ist, kann man fast überall kaufen. Ihr seht, wie lässig das ist. Wie cool das ist. Die Hose leicht hochgekrempelt. Und dazu hat er seine, ja, beide haben Pumas an. Einfach mal raus, was wagen. Das habe ich von den beiden gelernt. Ich nehme ja auch immer sehr viel mit. Denen ist völlig egal. Sieht es ihn an. Denen gefällt es. Und solange es euch gefällt, was ihr am Körper tragt, ist es völlig egal, was andere dazu sagen. Und ja. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Ja. Von Valeria oder von Tim in den Klamotten. Denkt nochmal ans Gewinnspiel. Schreibt in den Kommentaren, welches euer Lieblingsshirt ist. Was würdet ihr gerne gewinnen. Und falls ihr noch mehr Fashion sehen wollt, wir haben noch einen Winter. Eine Winteredition. Der Link wird jetzt eingeblendet. Und gar nicht lang. Dann kommt schon das nächste Fashion Video zum Herbst. Ich denke so zwei Monate. Können wir noch warten. Und dann werden dann die nächsten zwei ihren Style präsentieren. Bis dahin. Checkt meine Facebookseite. Und gewinne, gewinne, gewinne. Ciao.